Es sind gute Mannschaften, wie ich sehe, Litau und Zweite Liga. Wir sind ins Finale, haben gute Truppen. Darum ist es sicher ein voller Punkt für alle, auch für die Zuschauer. Es gibt verschiedene Faktoren in der Halle. Wenn es einen Monat nicht läuft, dann ist es schwer. Da nehme ich mich sicher auch ein wenig an der Nase. Momentan bin ich noch nicht so auf dem höchsten Level, aber das kommt alles noch. Ich bin in der Winterpause ein wenig erholt und wirklich nichts gemacht. Aber wenn wir um 24 Uhr stehen, habe ich Zeit, dass der Läuferische wieder einigermassen geht. Und jetzt der vierte Rang. Wird du von diesem an einstufen? Ist das eine Enttäuschung? Nein, nicht ein Enttäuschung. Ich denke, das erste Mal im neuen Jahr, wo wir zusammen gestanden sind und wieder den Ball haben können laufen. Darum macht das sicher keinen grossen Vorwurf. Vierter Platz ist okay. Sicher wäre mir hier drin gelegen, aber sicher okay. Entschuldigung. Vielen Dank.